Hallöchen meine Käsekätzchen und willkommen zu einer neuen Runde von Calvin and the Infamous Machine. In der letzten Folge sind wir hier großartig stehen geblieben, ich war ja voll hinten am Mund, aber ich habe noch mal jetzt beim Schneiden gesehen, wir können eigentlich mal hünschen in den Kaugummispänner, haben wir ja jetzt. Wozu wir es brauchen, weiß ich nicht. Wir haben eine Kaugummi, ein Cocktailglas, eine Erdnuss, aber ich weiß immer noch nicht, wofür ich das brauche, aber ich habe beim Schneiden rausgefunden, er hat eine Erdnussallergie und wir brauchen ja das komische Rezept, kann ich. Und wir haben Wir haben ja hier ein Dog. Wird zwar jetzt ein bisschen gefährlich, Calvin? Fünf Minuten später. Ja, was ist fünf Minuten später? Aha, wieso ist denn hier eigentlich keine Musik? Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja, bitte mal ganz kurz. Hab ich die Musik rausgestellt? Nö. Ja, nochmal kurz das Menü. Trotzdem keine Musik, da bin ich jetzt. Gut, und jetzt können wir, haben wir das Rezept für dieses komische Cocktail-Kram. Keine Musik. Musik. Musik hat keine Lust mehr. Na gut, dann gehen wir mal in die Bar. Ah, doch. Ähm. Hier. Barkeeper. Malaschia. Malaschia, bitte. Oh, uh, hier ist meine Prescription. Sehr gut, Sir. Before I make this, however, I am required to inform you of the following disclaimers. Malaschia is not recommended for consumption by the ill or infirm. Do not drink Malaschia with other forms of alcohol. Do not drink Malaschia before or after operating a threshing machine. Do not drink Malaschia in the vicinity of a fountain or decorative clock. Was? Man darf sich prustatieren? Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, okay. Okay, jetzt haben wir das Ding. Dann können wir ihn noch hier... Aha. Na ja, gut. Warte mal, können wir das hier vielleicht ins Cocktailglas machen? Böser Cocktail mit dem Mischer. Jetzt aber. Mhh, lecker! Prost! Prost! Auf Wiedersehen! Denen geht es ganz bestimmt gut. Was haben wir denn? Jetzt können wir doch Karten spielen. Was sind das überhaupt für Karten? Jo, Jungs! Habt ihr Lust? Komm, wir machen hier eine Party. Ach, komm. Hier, braucht Beethoven die Karten? Mhm. Hier, der richtig coole Typ. Hä? Wozu brauche ich denn die blöden Karten? Hier sind doch hier solche zwielichtigen Gestalten. Vielleicht können die mal mit das anfangen. Hier, der schläft schon halb. Hier. Ach komm, mit so ein kleines Partyspiel? Hier ist ja auch noch so ein zwielichtiger Typ. Hier. Hallo, gruseliger Typ. Hä? Können die vielleicht da hinten was anfangen? Hier, der traurige Ringtyp. Herr der Ringe, hier. Ach komm, sei nicht so traurig. Warte mal, das ist doch hier so eine Wahrsagerin. Die kann mir doch die Karten lesen, oder? Will this deck of cards work? Yes, these should do the trick. Let's see. The answer to your quandary is lost forever at the bottom of the Dead Sea. What? I can't even swim! Wait. Oh, sorry, sorry. Cards were upside down. The answer to your quandary is at the bottom left corner of a parchment wall. Oh, cryptic. You know it. Meine Antwort befindet sich unter einer Mauer. Das hier gleich. Cool, whack-a-mole. Oh, it's busted. Einer Pergamentwand. Warte nur, er kann ja nur eigentlich das Poster sein, oder nicht? Pergamentwand. Kann ja theoretischerweise doch nur das Poster sein, oder? Ne, ich kann jetzt nur den gruseligen Typ angucken. Eee, warte mal! Pergamentwand sagt mir jetzt irgendwas. Warte mal. Warum ist hier keine Musik? Naja, gut. Konzert ist ja vorbei, ne? Anschlagbrett, vielleicht das hier. Weil an das Poster komme ich jetzt nicht dran. Ach, so, ey. Gut, Scheris, Stein, Papier, das ist ja klar. Horn schlägt Pistole. Okay. Okay. Ah, er ist der Scherben-Typ, okay. Das ist, das ist mir auch neu. Okay, also können wir jetzt... Okay, wir können jetzt also sozusagen den Typen bei Schere, Stein, Papier irgendwie schlagen. Weiß man immer noch nicht, was ich schon hier... Geh mal... Ach, geh doch jetzt mal ein bisschen schneller, Calvin. Junge, das hat ja hier schon die Ponia-Vibes. Ich würde schon sagen, wieso ist denn jetzt hier kein Ton an bei mir an den Kopfhörern? Hey, Typie! Ähm... Jetzt muss ich gucken. Schere? Ähm, nimmt er jetzt Steine, dann nehme ich Papier. Es ist Kanone, Hörner... Hörner? Okay. Okay. Ich dachte jetzt... So, okay. Kann ich hier... Was kann ich jetzt mit meiner Wertmarke... Kann ich die jetzt bei dem Barkeeper einlösen? Hallo, Barkeeper! Dein Ernst? Hey, aber es ist ein toller Trick. Der ist ja auch nicht mehr existent... Und was... Nun? Kann ich hier trotzdem mit denen anstoßen? Obwohl... Hallo? Die wollen doch... Ähm... Kann ich das Kaugummi benutzen? Kann ich das essen? Und dann macht er das Loch dahin? Warum kommt denn hier momentan kein Ton? Gekautes Kaugummi? Ja, und wo kriege ich jetzt Alkohol her? Kann ich den... Kann ich denen jetzt sagen, ich möchte noch so ein mal... ähm... So ein komisches Ding? Gott! Lass mich mit diesem Schutt in Ruhe! Wo kriegen wir denn jetzt so was... Ich kann höchstens im Wasserrohr Wasser reinfüllen, aber das... Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit. Laufen wir ein bisschen schneller, Mensch! Ja, Wasser, ja... Hier kann ich was reinfüllen. Der Blick von ihm sagt alles... Kann ich das so trinken? Warte mal... Calvin? Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Ja, können wir es mal halb voll machen, weil... ähm... Nur leicht gefüllt ist ja langweilig. Hier, ran voll! Ich habe früher halb das Unwetter verpasst. Nein, du sollst hier... Du bist zur Hälfte ran voll. Wenn, dann wollen wir ja richtig anstoßen, ne? So, ähm... Ach, Calvin, lauf mal ein bisschen schneller. Kann der nicht mal ein bisschen schneller laufen? Nein, kann er nicht. Warum sollte er, ne? Kann ich aufs Schiff drücken, dass er schneller läuft? Nö. Das sind wirklich solche Rufus-Vibes. Ähm... Yo, Leute! Party! Bro's! Let's do this! Heck yeah, bro! Ahh! Wir müssen den Bierkrug jetzt so föhnen, dass der... Ähm... Ne, wie ging das...? so geht das glaube also müssen wir jetzt den vollen krug wegschütten wir machen jetzt mal bis zur hälfte mal sehen was dann passiert er rum schafft freigeschaltet das hat man schon wieder freigeschaltet naja egal komm snobbiger calvin mach dich los wann ist der so langsam jetzt aber oder oder muss ich doch den wir probieren doch so ging das so 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 Oh, Bogentür. Schön aussieht. Gibt es noch einen anderen Weg nach oben? Was weißt du über Isaac Newton? Hm. Ein nervöser Golfer. Den gucken wir uns auch mal an oder sprechen wir mit denen? Entschuldigung. Also, gehen wir mal erstmal hier in den Wald, ne? Robin Hult? Der sieht sehr detailgetreu aus wie Robin Hult. Was haben wir hier noch? Holzspäne. Da habe ich jetzt auch zu sehen draufgeklickt. Holzspäne Salat. Was blinkt denn hier so schönes? Mürrisch alter Hund. Holzfäller. Robin Hund? Wir gehen erstmal zu Robin Hund. Wir gucken uns erstmal hier oben ein bisschen, ne? Hallo. Du siehst aber sehr grün aus. Du siehst sehr, äh, grün aus. Aber natürlich. Du weißt nicht, wer ich bin? Äh, grüner Typ? Nein. Captain Vegetables. Was? Ich bin Robin Hood, du Dope! Den gab es wirklich? Ich dachte, das wäre nur so eine Legende. Ich habe immer gedacht, Robin Hood war ein bisschen mehr muskulär. Und seine Posture war ein bisschen besser. Und seine Augen seien den gleichen Weg. Und er hat keine großen grünen Diper. Ach, die gab es auch schon damals. Okay. Ist das hier ein Turnier oder so? Boah, wollen sie wissen? Das ist eine Stunde. Brauche ich nicht, okay. Jetzt kann man mal zum Holzfäller gehen. Ich bin im Groove. 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 Ach, der Hund. Du hast deinen Hund Brian H. Jensen genannt. Ist das nicht ein bisschen formell? Wurzelporzel. Okay. Was? Die machen sonst, was sie wollen. Dieser Lumberjack, Jack's Lumber für einen Mann, selbst. Nicht als ein Favorit für deinen lieben Freund, Kelvin? Entschuldigung, ich habe einen Freund, und er ist zu busy, um ein Hund zu fragen, ob er keine Favorit hat. Achso, also muss ich jetzt den Hund bitten. Also muss ich jetzt den Hund bitten. Hier, kannst du mir mal... I'm just gonna borrow one of those... Rude. Rude. Klimmende Kohlen? Ach, das sind Kohlen? Ich dachte, das wären Blumen. Klimmende Kohlen. Aha. Ja. Also wir haben Holzspäne, Kohle und Briefe. Wo geht's denn hier lang? Ein Zaun. Ein Holztübel? Ach. Holzfäller? Ja gut. Haben wir uns hier erst mal. Wir ignorieren mal gekonnt den Robin Hood, was der da gerade gemacht hat und gehen mal zurück ins Dorf. Hier haben wir Minigolf. Okay. Wir gehen mal zu der immunösen Seitenstraße. Warum ist hier ein Musikanten? Warum? Hallo. Okay, hier ist ja nochmal Holzspäne. Ach ne, ich kann nur die Musikanten eindrücken. Teehändler. Kann ich noch irgendwo hin? Nö. Nur zum Teehändler. Warte, da geht's nicht. Okay. Na gut, dann gehen wir mal zum Teehändler. Was ist denn da drin? Wenn er aber... Im 17. Jahrhundert gab's doch noch keine Filme. Wenn er sagt, ich hab einen Film gesehen, müssen die dann nicht sagen, hä, was ist ein Film? Was ist diese verrückte Maschine hinter dir? Es nennt ein Gronkh. Äh, was für das steht? Nicht eine Klinik. Es ist aus Prussia. Es macht aber marvellous Teeh, doch. Kleine Anspielung auf unseren lieben Herrn Gronkh, hä? Weil... Aha. Da sind wohl welche sehr große Gronkh-Fans. Was ist denn? So, how does the Gronkh work? I couldn't rightly tell you. I couldn't rightly tell you. The manuals in German. It's a bit finicky about what you put in it though. I left a few twigs in the last batch and nearly blew the whole thing to pieces. What? Are you sure that thing's even meant for making tea? No, sir. Mhm. Aber sicher her damit. Alright, sure. Hit me. That's the spirit. Das hört sich man wie so in alter Traktor, hä. Okay, ich geh dann mal wieder. Wir müssen bestimmt irgendwas mit dem Musikant und dem Teehändler machen, weil sonst wäre ja die Seitengasse ja sehr nutzlos, ne? Wo geht's denn hier überhaupt hin? Hier ist die Turntür. Ach, da brauchen wir wieder was. Und hier geht's zur Wiese. Ein Gärtner. Okay. Hallo! Aha, okay. Salpeter. Geil mitnehmen. Ich kann die nicht bezahlen. Ich hab hier keine Münzen nicht mehr. Ein Apfelbaum. Stein. Ah, das war dann doch die Sache mit dem Apfelbaum. Kann ich den treten? Lass ich einen Apfel rausbekommen? Wieso? Hast du Angst vor Äpfel? Was ist das denn mit dem Briefkasten? Und dem Tor? Ach, hier ist Isaac Newton. Es ist lockt. Ach, warum ist immer alles verschlossen? Gab's damals doch... Geld gab's ja schon. Willst du Holzspäne dafür haben? Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Aha. Die Musik hat immer noch keinen Bock. Hm. Ach, das ist hier dunkel. Bücher. Gucken wir uns mal an. Das ist Mario Zeckner. Das ist Mario Zeckner. Aha. Okay. Noch irgendwas? Ne, ist nur Mario Zeckner. Hier ist ein Hut. Mehr Bücher. Ach, hier ist Isaac Newton. Okay. Den Mörser wollte ich zwar jetzt nicht, aber... noch mehr Bücher. Ein Rüsse. Wozu brauche ich den Rüsse des Elefanten? Hallo Bibliotheker. Weißt du was über den Newton-Typ? Weißt du was über den Newton-Typ? Larry Plotter, hm? Ach, wirklich? Noch irgendwelche? Ach, wirklich? Noch irgendwelche? Das wäre besser. Ein hübscher Magnet. Oh, Spaß. Kann ich den mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Kann ich den angucken? Ich habe einen wissenschaftlichen Grund. Ich will ihn ankrabbeln. Eine Statue? Die linke Hand ist locker. Kann ich nicht? Okay, ich weiß noch nicht, wozu ich das brauche. Kann ich hier? Äh, Segelspiele? Oder hier, warte mal, die Kohle. Ich dachte, wie können wir da wieder dran machen? Ich weiß noch nicht, wozu ich die Hand brauche. Hallo Herr Newton! Oder warte mal, hier, das Glas. Was macht denn da noch raus? Ein sehr kriminell. Ah, die Ritterstatum. Warte mal, ein Horn? Ah, hallo Herr Newton, den quatschen wir noch an und dann beenden wir den Bord. Sind sie Isaac Newsing? Sie wissen, was du mit Hilfe brauchst! Science! Verstehen Sie, ich komme aus der Zukunft! Moment, war nicht der Isaac Newton derjenige, der den Abwehr auf den Kopf bekommen hat und damit die Schwerkraft irgendwie, also die Gravitation irgendwie bewiesen hat? War noch nicht irgendwas? Also, ich bin in der Geschichte so ein Nu. Vergiss es! Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne, ne? Doch, hier ist ein Rohr! Wozu braucht man ein Rohr? Für was? Kann ich da irgendwas reinmachen? Aber kann ich den Rüssel reinmachen? Nein, ich würde lieber nicht. Was können wir denn noch einen machen? Die Hand? Das braucht keine Hand. Okay. Na gut, ich sage jetzt mal tschau und miau und wir sehen uns in der nächsten Folge von Calvin, answer in famous machine in Wiener. Und ich hoffe, ich spreche es mal aus, aber mein Englisch ist nicht das Beste. Ciao! 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 Ciao!